Nach der Rallye Dakar steht im Januar traditionsgemäß gleich das nächste Spitzen-Event des internationalen Motorsports auf dem Programm, nämlich das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Das ist in diesem Jahr ein bisschen anders strukturiert als in der Vergangenheit. Darum haben wir auch bereits seit dem heutigen Montag den ersten Pitcast zu genau diesem 24-Stunden-Rennen im Nudeltopf in Florida Online. Denn es gab gestern bereits den RAW, also den Vortest, der zum ersten Mal garniert worden ist mit einem Qualifikationsrennen, 100 Minuten lang. Alles, was ihr wissen müsst zum sportlichen Verlauf dieses Qualifikationsrennens und auch zu den neuen Klassen, zur LMP3, die hinzugefügt worden ist beispielsweise und zu den Veränderungen in der LMP2 und in der DPI-Klasse wie auch bei den GT3 und GTI. All das erfahrt ihr in einem neuen Podcast unserer Pitcast-Reihe. Der ist bereits veröffentlicht seit heute Morgen. Da könnt ihr also schon einmal reinklicken auf der Internetseite pitwalk.de oder auf allen einschlägigen Podcatcher-Portalen. Da könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen, wie es gelaufen ist gestern beim Qualifikationsrennen vor dem 24-Stunden-Rennen. Das eigentliche Event, das kommt dann bereits am kommenden Wochenende. Das heißt, der ganze Torst der Europäer, die es geschafft haben, trotz Corona einzureisen, die bleiben sowieso alle drüben. Und wir haben diese Woche noch eine ganze Menge Arbeit vor uns, um weitere Podcast-Episoden mit Informationen aus Daytona zu beschicken. Hier für diese Folge unserer Morgenlage des Motorsports auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk haben wir uns mal einige Hintergründe vorgenommen, die zu erklären lohnen, um das Geschehen und den Umbruch in der Sportwagenlandschaft zu begreifen und zu durchschauen. Zunächst allerdings gucken wir uns mal ein paar Impressionen vom RAW an, also vom Vortest und vom Quali-Rennen am vergangenen Wochenende. Fotos direkt aus Daytona, untermalt von einer eigens für die Pitwalk-Collection komponierten Gitarren-Symphonie von Viktor Smolsky. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vor allen Dingen hinter den Kulissen von Daytona ist schon eine ganze Menge passiert in den vergangenen Wochen. Die große Nachricht schlechthin, die auch auf europäische Sportwagenfans einen großen Einfluss haben wird, ist eine Entwicklung, die noch nicht offiziell ist, die wir aber hier schon mal inoffiziell verkünden können. Ab dem Jahre 2022 soll die GT3-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans und in der Sportwagen-WM die bisherige GTE-Kategorie beerben. Die GTE, also quasi die GT-Prototypen, wenn man so möchte, bei denen Porsche, Ferrari, Corvette und auch Aston Martin eigene sehr hochgestochene GT-Boliden bestenfalls auf Straßenautobasis gebaut haben. Die ist ja mittlerweile einigermaßen trockengelegt, weil Aston Martin sich verabschiedet hat und weil auch Porsche in der IMSA-Serie den Rückzug aus dieser Kategorie angetreten hat. Porsche in der IMSA-Serie nur noch mit GT3-Autos und mit einem GTE-Kundenteam vertreten. Dort werden Werksfahrer wie Kevin Estre, wie Laurence, Fanto, wie Ölbembe ausgeliehen. Aber es sind keine Werkseinsätze mehr. Und sowohl in der GTE, in der IMSA-Serie mit den 24 Stunden von Daytona, als auch in der Sportwagen-WM, die mit den 8 Stunden von Portimao losgehen wird, ist die GTE mittlerweile zu einer Schrumpfgermanen-Klasse verkommen. Da gab es viele Videotelefonate zwischen Jean Dunen, dem Chef der IMSA-Serie, und Pierre Fillon, dem Präsident des ACO, der die Sportwagen-WM vermarktet. Und man ist übereingekommen, dass es ab dem Jahre voraussichtlich 2022 nun die GT3-Klasse als GT-Unterbau zur großen Prototypen-Klasse geben soll. Die GT3-Klasse ist uns ja bestens bekannt, einerseits vom Kleinkrieg des deutschen Motorsports zwischen ADAC und ITR, der ja doch eher auf Dorffest-Restaurant-Niveau sich abspielt, aber natürlich auch vom großen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das relevante Cover dazu, der alten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, seht ihr hier, da haben wir nochmal exemplarisch am 24-Stunden-Rennen an einer wirklich hautnah am Sieger entlang hangelnden Reportage dargestellt, was die GT3-Klasse so reizvoll macht und wie viele Facetten man auch in der GT3 beachten muss, um bei einem großen Rennen wie dem Nürburgring Erfolg haben zu können. Diese GT3 werden also nun 2022 voraussichtlich auch in Le Mans und in der Sportwagen-Weltmeisterschaft den neuen Unterbau, die neue dritte oder dann sogar vierte Liga bilden. Denn, und das ist jetzt nur ein Verdacht von mir, während die GT3-Info belastbar ist von Informanten, die ich nicht preisgeben darf, aber Verdacht lautet, sie werden dann dafür sorgen, dass es nicht nur die GT3 gibt in der WM, sondern auch die LMP3 mit einbauen in das Gefüge der Sportwagen-Weltmeisterschaft und von Le Mans. Genau das passiert ja gerade schon in Daytona. Dort hat am vergangenen Wochenende beim Raw zum ersten Mal ein Feld von LMP3-Autos mit für Aufsehen gesorgt und mitmischen dürfen. Unter anderem mit dem deutschen Team von Bernhard Mühlner, wieder einer solchen Größe da von der Nordschleife des Nürburgrings aus der VLN. Mühlner Motorsport hat zwei LMP3-Decun-Autos zu laufen, und französische Konstruktionen also. Und mit denen ist man sogar erfolgreich unterwegs. Laurence Hör hat die Pole Position fürs Hauptrennen im Quali-Rennen für sich einheimsen können. Und ich glaube, wie gesagt, ohne es zu wissen, ich glaube, man wird dann in Le Mans dafür sorgen, dass die LMP3 als neue dritte Liga des Prototypensports mit etabliert wird. Unter den Hypercars und den LMDH, die ja zusammengehen, unter den LMP2, die eingebremst werden, kommt dann halt die LMP3 quasi als Ersatz für die GTE. Und die GTE3 wird dann sozusagen die GTE-Amateurwertung ersetzen. Das, so scheint mir, der wahrscheinlichste Weg ist das neue Gefüge für Le Mans und die Sportwagen-WM. Wie gesagt, die GTE3, die ist bereits inoffiziell abgesegnet. Da ist ein Haken dran, was die GTE3, die GTE, beerben wird. All das hängt natürlich zusammen mit der Neustrukturierung des Sportwagensports von der Spitze her. Nötig geworden nach den Ausstiegen von Audi und Porsche aus der LMP1-Klasse, womit diese Kategorie de facto auch zum Aussterben gebracht worden ist. Mittlerweile gibt es das erste Hypercar, den ersten Toyota. Ihr habt ja in der letzten Folge unserer Morgenlage schon ein paar Bilder davon gesehen. Hier sind noch ein paar mehr vom Toyota GR-010, dem neuen Hypercar für die erste Liga für 24 Stunden von Le Mans und auch der IMSA-Serie. Wir sehen uns jetzt wieder. Untertitelung. BR 2018 Das Entscheidende bei diesem Toyota ist, dass ein relativ fließender Übergang stattgefunden hat von der Optik und auch von der Technik her, der LMP1 zur Hypercar-Kategorie. Die Hypercars sind natürlich langsamer um, ich glaube, sechs Sekunden in Le Mans. Das ist auch Sinn der Aktion. Sie sind preiswerter, sie sind anders strukturiert technisch. Wir machen da eine große Hintergrundgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk dazu. Da bin ich gerade schon dran, einmal an dem Toyota, aber auch am zweiten Hypercar, das kommen wird, am Auto von James Glickenhaus. Da arbeiten wir gerade an einer Fotoproduktion, die eigens für uns gemacht wird. Die habe ich noch nicht, deswegen kann ich euch hier im YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk diese Bilder auch noch nicht zeigen. Toyota hat das meines Erachtens sehr vorbildlich gelöst. Das ist ein fließender Übergang und kein Bruch, wie es sonst schon mal gewesen ist, wenn eine große Zeit des Sportwagen Langstreckensports mit Prototypen zu Ende geht und dann eine kleinere, billigere Kategorie nachrücken muss. Das größte Beispiel dafür sicherlich das Ende der Gruppe C-Ära, wo dann gleich einmal das neue Erste Liga GT-Sportwagen herhalten mussten. Da war der Bruch von den monströsen, faszinierenden Gruppe C-Autos zu den sehr seriennah ausschauenden GTs zu groß. Da hat Le Mans, da hat die ganze Sportwagen Langstreckenszene sehr darunter gelitten in seiner Zeit. Da haben die Amerikaner es besser hinbekommen. Jetzt scheint dieser Schritt oder auch der Schnitt, der nötig war, von der LMP1 1000 PS Hybrid zu den Hypercars mit freiwilligem Hybrid besser gelungen zu sein, sodass ich glaube und die Hoffnung hege, dass da ein fließender Übergang stattfinden kann, anstatt dass viele Leute sich entsetzt abwenden. Wir haben da einiges Jahr an Resonanz sogar schon zu erfahren von unseren Lesern, denn wir sind einigermaßen stolz darauf, dass wir als Pitwalk so eine Art Community auch schon pflegen, nicht nur gelesen werden, geschaut oder gehört werden in den Podcasts, sondern dass es eine starke Interaktion gibt von den Lesern zu uns, zur Redaktion. Und ein Thema war ganz klar, was wir immer wieder gehört haben, das Interesse am Motorsport an der Langstrecke ist ein bisschen erlarmt durch dieses Auslaufen der LMP1. Mal schauen, wie der nötige Umbruch sich jetzt entwickelt, möglich, dass wir dann wiederkommen, dass wir uns dann wieder für diese Art des Motorsports interessieren können. Momentan eher mal ein bisschen auf Abstand gehen zu dem ganzen Thema. Und ich glaube, genau diese Leute, da gibt es viele von, mehr noch als die, die uns bei Pitwalk in der Community erreicht haben, die werden alle überzeugt werden davon, wie die Hypercar-Klasse sich bildet und darstellt und präsentiert. Viel davon werdet ihr in Ausgabe 59 von Pitwalk lesen. Viel davon habt ihr aber auch schon gelesen. Ich habe mir noch mal ein paar Häftchen rausgesucht, wo wir das Thema wirklich exemplarisch aufbereitet haben, weil es ja auch viel kontrovers darüber berichtet worden ist in den Medien. Wir haben zum Beispiel das hier, Hyper, Hyper gehabt. Da steht genau drin, wie sich diese Hypercar-Kategorie auch technisch zusammensetzen wird. In dieser Geschichte hier mit den ersten Zeichnungen. Und da gibt es sogenannte Performance-Windows. Ich muss noch mal schauen, wo wir das hier finden. Wir haben da schon genau dargestellt, wie diese Hypercars aussehen sollen. Welche Motoren, welche Modelle in Frage kommen. Und wir haben auch das Team von James Glickenhaus da schon zum ersten Mal tatsächlich aktiv mit involviert. Und es gibt eben, wie gesagt, bei dem Reglement, das wir hier ausgearbeitet haben und dargestellt haben mit dieser Ausgabe, die Performance-Windows, die die Optik und die Leistung dieser Autos definieren. Einmal ist es die Aerodynamik, dann die Motorisierung, dann die Chassis-Größe und die Ausmaße und Dimensionen des Hybrid-Systems. Die alle müssen erreicht werden, die einzelnen Bauteile dieser sogenannten Performance-Windows. Das kann man alles ganz genau hier bereits nachlesen in dieser Ausgabe Hyper Hyper. Das ist schon ein bisschen her. Aber da steht alles drin zum Thema Hypercars, um das Ganze auch technisch verständlich darzubereiten und quasi den Bodensatz zu bereiten für das, was jetzt passiert im Umbruch. Hier ist auch übrigens Dr. Colin Kolles mit seinen Plänen drin. Wenn wir umblättern spontan ein, der ist auf der Nennliste der Sportwagen-WM für die Hypercars nicht mit dabei. Der Grund ist ganz einfach. Der ACO verlangt ein irres hohes Nenngeld von einer halben Million pro Auto. Und das war Dr. Kolles nicht bereit zu bezahlen. So dass er deswegen erst einmal nicht genannt hat mit seinem Hypercar. Er entwickelt die Autos ja für Kunden, für Straßen, betufte Straßenautofahrer, die solche Autos sammeln und damit Trackdays auf eigens für sie abgesperrten Rennstrecken machen möchten. Das ist das Konzept hinter dem Wagen, den Dr. Colin Kolles entwickelt hat. Er wollte eine Rennversion davon machen, allerdings ohne Hybrid-System. Davon hat er jetzt Abstand genommen. Zumindest hat er Abstand davon genommen, die zu nennen. Eben wegen der hohen Nenngebühr, der hohen Einschreibergebühr. Und er dagegen wird kommen, Glickenhaus mit dem neuen Auto, wo gerade die Fotoproduktion für uns läuft. Das wird eines der Schlüsselthemen der nächsten Ausgabe von Pitbox sein. Hier steht schon mal ein bisschen was zu James Glickenhaus und seinen Plänen drin. Viel mehr auch zur Technik kommt dann im nächsten Heft auch zu einem Technikvergleich von Toyota und von Glickenhaus. Das sind alles Sachen, die wir uns mal einer großen Hintergrundgeschichte widmen werden. Auf jeden Fall muss man auch sagen, dass ganz wichtig ist, dass es diese zwei, drei Teilnehmer gibt, die jetzt schon da sind. Und für James Glickenhaus war noch eine weitere Entwicklung wichtig, die ebenfalls hinter den Kulissen stattgefunden hat in den vergangenen Tagen. Die IMSA nämlich hat die Blockadehaltung aufgegeben, die Blockadehaltung gegen James Glickenhaus und ihn von den IMSA-Rennen mit den Hypercars ausgeschlossen. Jetzt also eben nicht mehr. Er darf künftig mit seinem Hypercar, zwei Stück wird es geben mindestens, in Daytona beim Zwölfstundenrennen von Sebring in der ganzen IMSA-Serie mitfahren. Was für ihn als Nordamerikaner sicher ein erstrebenswertes Ziel ist neben der WM. Bislang hat es ja immer geheißen, wir hatten das auch mal in einer Karikatur von Gerald Saas von Motorkartoon auf der letzten Seite von Pitwalk thematisiert. Bislang hat es immer geheißen, da dürfen nur Großserienhersteller mitfahren, keine Kleinserienhersteller. Glickenhaus ist natürlich ein Kleinstserienhersteller. Man hätte Toyota zugelassen seitens der IMSA, Glickenhaus aber nicht. Das hat sich mittlerweile aufgelöst und aufgeklärt, weil Glickenhaus offiziell auch die Zusage hat, dass er künftig, wenn die Hypercar-Klasse kommt, mitfahren darf in der IMSA-Serie, wenn dort der Mauerfall passiert ist. Die Wiedervereinigung also zwischen IMSA und zwischen Sportwagen-WM. Der Mauerfall ist das nächste Thema. Da haben wir uns auch mit beschäftigt in einer der Ausgaben von Pitwalk. Diese hier im vergangenen Jahr, da steht schon einmal alles dazu drin, wie es funktioniert, was es heißt, dass künftig die LMDH, also die DPI-Klasse, diese Autos, die ihr gerade auch schon in der Fotoshow gesehen habt, zusammengeführt werden auf ein technisches Niveau mit den Autos aus der Sportwagen-WM. Es ist natürlich die Nachfolgegeneration dieser Kraftwagen hier. Das ist bereits jene mit dem 40 PS starken Einheitshybrid-System, mit dem dann auch Porsche und Audi wieder zurückkehren werden in die Klasse. Aber hier ist schon mal dargestellt, wie das Ganze funktionieren soll und wie es auch funktionieren wird mit einer Bernds-Off-Performance nämlich. Da hört man momentan noch viel kritische Worte, aber da kann ich ganz verlässlich zu sagen. Wer sich mit Ingenieuren unterhält, der sagt, es ist ganz sicher möglich, die verschiedenen Konzepte, Allradantrieb beim Toyota, Heckantrieb beim Glickenhaus, Heckantrieb mit Einheitshybrid bei Porsche, bei Audi, bei Cadillac oder Corvette, wer auch immer kommen wird, so zu balancieren, dass die auf einem Niveau fahren werden. Das kostet unter Umständen viel Geld und viel Mühe bei der Einstufungsarbeit, aber machbar ist es. Und genau dieses Machbarsein, genau diese Machbarkeitsstudie, die steht ja dahinter, hinter allen Bemühungen zu sagen, die IMSA und die Sportwagen-WM wollen eine gemeinsame erste Liga bilden und so eben auch Porsche und Audi wieder zurückholen. Was ja bis jetzt nicht möglich gewesen ist, weil Audi und Porsche die hohen Kosten einer reinen prototypbasierten Hypercar-Klasse, wie Toyota sie interpretiert, gescheut haben. Die große Frage ist jetzt nur, wie kann das Ganze funktionieren, was wird Porsche machen, was wird Audi machen? Da gibt es ja auch schon die ersten durchaus belastbaren Hochrechnungen und Gerüchte. Audi wird kommen mit dem DTM-Motor, mit dem 2-Liter-Turbomotor, der eigentlich die neue Klasse 1 hätte befeuern sollen. Porsche dagegen wird sich einen V8-Motor nehmen und zwar denjenigen aus dem Serien Panamera. Der Niedergang der GTE ist genau in einem Kontext, in einem Zusammenhang zu sehen mit dem Erstarken der LMDH mit Porsche und Audi. Porsche hat nämlich das bereits für die GTE-Klasse vorgesehene Etat des Budgets umgeschichtet in die Entwicklung des LMDH-Boliden mit dem Panamera-Motor. Gerüchteweise sei es ein Multimatic-Chassis, das weiß ich aber nicht so genau. Auf jeden Fall ist klar, es gibt den Panamera V8-Motor, serienmäßig, serienbasiert, der eingesetzt wird und um das Einheitshybrid ergänzt werden wird. Und die Entwicklung daran läuft bereits, die Studien sind abgeschlossen, der Vorstand hat, das wisst ihr alle auch schon gesagt, Porsche wird wieder zurückkommen. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man das Ganze einbalancieren? Toyota hat ja in dem Podcast, den wir gebracht haben, schon gesagt, sie haben durchaus das Gefühl, sie hätten einen Vorsprung bei der Erfahrung, aber auch die Bedenken geäußert. Die anderen können jetzt in Ruhe testen, sich theoretisch vorbereiten und da wissen die auch, wie es geht. All das deutet sehr darauf hin, dass die neue LMDH-Klasse und die neue Hypercar-Klasse, wenn sie zusammengelegt ist, Le Mans wieder zu jenem Höhenflug bringen wird, der früher schon mit der Gruppe C und zuletzt auch mit der LMP1 da gewesen ist. Und die LMP1, da gab es ja auch viel Kritik in letzter Zeit dran, dass das eine Soloschau von Toyota gewesen sei. Muss man sagen, man kann es Toyota nicht vorwerfen, dass sie als einzige zu ihrem Wort gestanden haben und treu geblieben sind. Und sie haben natürlich das Beste daraus gemacht mit ihrem Hightech-Gerät. Wie sie das gemacht haben, auch das gibt es in verschiedenen Episoden in der Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir uns zweimal mit dem Toyota TS050 zum Abschied dieser Wunderwerke der Technik beschäftigt. Wenn ich das so nennen darf, dass die Autos mal tatsächlich live gesehen hat, wenn man gehört hat, wie die durchbeschleunigen, durchschalten, wie mit einem Maschinengewehrfeuer, der weiß, dass das tatsächlich Meisterwerke der Technik sind. Hier in diesem Heft steht nochmal alle Technik drin von der TS050-Generation. Da hat Toyota uns Zugriff gegeben auf die Daten aus der Telemetrie, aus den verschiedenen Generationen dieser Autos. Und wir konnten daraus genau ableiten, welche Entwicklungsschritte das Auto gemacht hat. Also wir haben eine sehr genaue Technikgeschichte gemacht und konnten auch die Fortschritte grafisch darstellen. Die Fortschritte bei der Geschwindigkeit, bei den aerodynamischen Lasten, beim Verbrauch, bei der rückgewonnenen Bremsenergie. Da gibt es eine sehr, sehr große Geschichte zum Thema Technik des LMP1-Autos, wo man sieht, was das tatsächlich für Fortschritte mit sich gebracht hat im Laufe der Zeit. Und was da für eine Fahrzeuggeneration gerade verloren geht in Form des TS050. Umso wichtiger, wie gesagt, ist der Bruch oder ist die Tatsache, dass es eben keinen Bruch, sondern einen schlüssigen, flüssigen Übergang gibt, damit nicht dieselben Fehler gemacht werden wie zuletzt bei der Gruppe C. Und da sind wir beim letzten Programmpunkt quasi für die heutige Sendung, die Gruppe C. Die Gruppe C wird zurückkehren nach Hockenheim und auch da habe ich mal ein bisschen was für euch vorbereitet zum Schwärmen, wieder untermalt von Viktor Smolsky, damit ihr euch einstimmen könnt und auch mal ein bisschen zurückdenken könnt an eine echte goldene Ära des Sportwagen-Sports. Das war sie nämlich, die Gruppe C, die wir bald in Hockenheim wieder sehen werden. Das war sie nämlich, die Gruppe C. Das war sie nämlich, die Gruppe C. Also da geht nun wirklich jedem Langstrecken-Fan das Herz auf, wenn er diese Autos sieht, die goldene Ära der Gruppe C. Am 8. und 9. Mai wird es soweit sein. Dann kommt diese Fahrzeugklasse wieder zurück zum Hockenheimring zu einem großen historischen Rennen. Ein 45-minütiges Rennen. Freitag, Samstag schon Training. Sonntags dann zur besten Sendezeit um 13 Uhr zur Mittagszeit das Rennen. Wie es dazu kommt, wer dahinter steht, all das haben wir bereits seit einiger Zeit auch seit diesem Heft hier dargestellt. Da steht nämlich zum ersten Mal drin, dass wir herausbekommen haben, dass die Gruppe C wieder zurück nach Hockenheim kommt mit der Enthüllungsgeschichte. Und in der nächsten Ausgabe, da habe ich dann sogar mal denjenigen besucht, der dahinter steht. Nämlich da gab es einmal noch das große zweite Teil, den großen zweiten Teil des Abschieds von der Toyota TS050-Generation. Und es gab die große Geschichte über das Team Gephardt Motorsport, die Mannschaft von Fritz Gephardt aus dem Kraichgau in der Nähe des Fußballstadions der TSG Hoffenheim. Bestimmt, das waren diese gewaltig aussehenden Gruppe C, zwei Autos. Die werden dort jetzt gerade restauriert bei Gephardt Motorsport im Kraichgau. Und Fritz Gephardt, der Teamchef, ist die treibende Kraft hinter dem Comeback der Gruppe C auf dem Hockenheimring. All das steht in drei Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk hier drin, im aktuellen Heft der Jubiläumsausgabe. Das Cover seht ihr da hinten und in Ausgabe 56 dann also schon mit der Enthüllungsgeschichte, wie es dazu kommt. Der 8. und 9. Mai in Hockenheim jedenfalls. Da müsst ihr alle hin, die euch für Motorsport, für Langstrecken-Sport interessiert. Und wer doch ein altes Gruppe C-Auto hat, das er gerne einsetzen möchte, da gibt es ja viele, viele Sammler von auf der Seite grupcracing.com. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon ganz offiziell die Nennlisten. Da könnt ihr also euch die Informationen runterladen und euch auch schon einschreiben für diesen Gruppe C-Supercup auf dem Hockenheimring am 8. und 9. Mai. Da sehen wir uns natürlich alle wieder, denn da hoffen wir, dass Zuschauer zugelassen werden. Zuschauer zugelassen sind auch schon beim Raw am vergangenen Wochenende gewesen, beim Aufgalopp, beim Vorqualifikationsaufgalopp zum 24-Stunden-Rennen. Die Amerikaner sind ja durchaus besser durch die Corona-Motorsport-Krise gekommen als die Deutschen, in Sachen Motorsport wohlgemerkt. Wie das funktioniert hat, das steht auch in der Ausgabe dahinter mir, in der Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da habe ich ein großes Interview geführt mit Walter Czarnecki, der rechten Hand von Roger Penske, dem großen Mogul des amerikanischen Indica-Sports. Und der erklärt sehr genau, wie man es geschafft hat, sich mit den Behörden, mit den Gesundheitsämtern so abzustimmen, dass man den Motorsport früh wieder hat beleben können. Davon profitiert jetzt auch das Raw, beziehungsweise am kommenden Wochenende das 24-Stunden-Rennen. Mit dem befassen wir uns dann in den nächsten Episoden der Zeitschrift Pitwalk, der Podcast-Reihe zur Zeitschrift Pitwalk, also der Pitcast-Reihe. Und in der Zeitschrift Pitwalk, da wird neben dem Langstrengensport auch nochmal die Rallye Dakar ein großes, großes Thema sein. Von der war der ja so angetan in unseren bisherigen Sonntagslagen oder Morgenlagen zum Motorsport. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von Pitcast. In der nächsten Episode unserer Serie auf dem YouTube-Channel gehe ich nochmal wieder auf die Rallye Dakar drauf ein. In verschiedenen Fassungen sogar, weil da ja mittlerweile auch recherchiert worden ist, Daten ausgewertet worden sind und viel interpretiert und analysiert werden kann, warum die Rallye gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Bis dahin empfehlt uns weiter, kommentiert uns weiter so eifrig und fleißig, wie ihr das mit der letzten Folge gemacht habt, dass die Frequenz und die Einschaltquote weiterhin hoch bleibt. Das hoffe ich und dafür danke ich jetzt schon mal für euer ganzen Enthusiasmus und euer großes, großes Interesse an meiner Person und auch an den Produkten der Pitwalk Collection. Wir hören uns bald wieder mit der Pitcast-Episode zum 24-Stunden-Rennen oder mit der nächsten Ausgabe unserer YouTube-Videos. Und wir lesen voneinander entweder noch in dem Heft oder im nächsten. Bis bald, danke fürs Einschalten, euer Norbert Orkenga. Bis bald, danke fürs Einschalten, euer Norbert Orkenga.